so guten morgen zusammen ihr wisst ja ein neuer tag neuer shop ich hoffe ihr habt ein schönes wochenende ich habe mir gestern erst mal schön arme beine gesicht verbrannt einfach zu lange in der sonne gewesen aber darum soll es nicht gehen wir gehen noch direkt rein in den shop denn wir haben ein komplett neues emote ah ja und damit kann man quasi zusammen hintereinander fahren also da werden ganz wilde sachen passieren das weiß ich jetzt schon ich weiß nur nicht ob es reicht ob wenn einer das emote hat oder ob es dann alle haben müssen wenn es natürlich nur einer haben muss das oh gott da will ich nicht wissen was allein schon in der lobby passiert aber gehen wir mal weiter die zündkerzen künstlerin ist auch wieder zurück mit ihnen zwei stilen einmal in rot und einmal in schwarz ja schwarz blau dann einmal strott bello das rücken accessor da schrott bello da ist es in meinen augen kein bello mehr muss man das so umbinden happy games so was haben wir sonst noch drin ach so wenn ihr euch das neue mode holen wollten ja gerne mit meinem creator code y und die unterstrich grüße gehen dann jeden einzelnen raus ihr wisst bescheid dann ist provisorium wieder drin in generell zwei stile und einmal der normale schrotthaufen sag ich jetzt einfach mal und dann die katzengestalt doch katzengestalt schrotthaufen gott die füße einmal eine blechdose einmal ein stein dann ebenfalls zurück die kaugummibomberin auch mit ihren zwei stilen alles wie inzwischen haben wir kommen und skinnen der keine zwei stil hat aber auch nicht schlecht aber jetzt auch nicht unbedingt das beste dann kaum knüppel das wird sich wohl nicht aber ist halt weil die pickaxe mir generell nicht gefällt aber die idee an sich ist schlecht und dann kaum die bomben die farbe und die tarnung kenne ich schon grüße gehen aus so das war das neue mode und dann in der champions gehen immer noch drin bin dann kelle sie ebenfalls noch drin zur zeit ist bleibt eigentlich alles nicht lang drin aber wissen wir für 1600 erwarten wir gestern schon in dann rex ist zurück einer der ganz alten legendären skins auch nur in der variante zu haben ganz simpel dann verwegene du landen auch nicht richtig gut da gefällt mir aber die variante hier auf jeden fall deutlich besser so und dann haben wir schon den headbanger über 200 tage nicht da gewesen und dann den fingerwedler und hekramo gaudi so das war schon wieder mit den neuen sachen in anführungszeichen des weiteren ist halt noch drin marshmallow paket harley quinn paket dann vielleicht paket cat woman ist nur noch drin batman haben sie rausgeholt der normale batman ist jetzt draußen oder gar nicht der ist hier unten mal ja jetzt mal ohne quatsch da machen sie hier flächen und da cat woman weißt du cat woman batman geschichte dann kommt erst bis boy und dann komplett noch mal einzeln dazu aber auf jeden fall immer noch alles im shop schätzen wir es bleibt bis zum ende der season drin gerade wegen den comics und alles und dann die bad qual geschichten ebenfalls noch drin das trey young paket donovan mitchell paket horizon zero paket letzter lacher paket ist noch drin batman der rächer paket ist drin das heißt die anderen zwei pakete sind raus einmal die ritterrunde aber ich glaube die war gestern sogar schon draußen und auch die mit weiß und schwarz schon wieder vergessen so schnell ist es wieder weg so dann gucken wir ganz schnell ob wie bugs heute für euch da sind nein heute auch wieder nur die tagesaufgabe für alle rette die weltspieler und in dem sinne würde ich sagen euch einen schönen montag und in dem sinne haut rein